Ah, good morning in the morning. Jetzt geht es wieder weiter. Hier, unser Topf. Wunderbar. So, was wollte ich? Tauchen wollte ich. Ich wollte noch tauchen. Also, was ich auch mal ausprobieren wollte, ist, das da. Heißt es? Ach, um da einen Fang zur Schau zu stellen. Ich habe gedacht, wo man dann diese Rezepte vielleicht drauflegt. Tischablage. Ah, ich habe sowieso keinen Platz. Also, gute Laune. Wir werden jetzt auf Tauchgang gehen. Erstmal essen und trinken, gell? Das ist immer noch das Wichtigste. Keinen Fehler diesmal machen. Also, irgendwie stimmt es denn da nicht. Es hat immer gereicht, bis oben hin, das Wasser. Und jetzt? Muss man mehrmals trinken, oder was? Anscheinend muss ich mir mal so was Großes bauen, um da das Wasser herzustellen. Ah, Hunger habe ich. Hunger! Da habe ich die Kartoffeln drin. Ähm. Was hältst du denn jetzt? Ich habe doch da hier so ein bisschen Gemies. Das bringt ganz schön viel. Hier. Was essen wir jetzt? Oh, ich glaube, das haben die auch geändert, ja? So. Den Rest machen wir da rein. Super. Äh, ja. Update. Da ist wieder der Herr High. Also, anscheinend hat man auch ein bisschen mehr Zeit, seit dem Update zu tauchen. Äh, der kommt nicht mehr so schnell. Weil es ist, es ist in Not gewesen. Du bist da runtergegangen, wurde es angegriffen. Und, äh, ja. Ist sofort wieder angegriffen worden, und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt soll es natürlich, äh, schöner werden. So, jetzt geht's, ne? Holen wir uns immer alles. Oh, jetzt ist es schon kaputt hier. Hat nur einmal gehalten. Jetzt kommt er schon, ne? Ich spüre ihn. Ja, Seetang nimmt er auch mit. Seetang, Seetang. Ich bin, glaube ich, schon richtig. Dass wir jetzt zu der Kiste kommen. Ja, die haben ja schon einiges geändert seit dem Update. Das ist doch alles neu, oder? Ach, guten Tag. Ich hab mich schon gewundert, wo du bleibst. Naja. Da merke ich aber jetzt keinen Unterschied. Kullig. Oh, ich muss hoch. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Ja, nochmal. So, jetzt muss ich ihn schretten, oder was? Na ja. Da sind wir noch in Not. So, was haben wir denn jetzt? Den Sand? Muss ich mal gucken. Ein bisschen jetzt wieder was dazu rückt. Ich hab 20 Sand. 20 Sand. 20 Sand. Plastik. Ich muss ihn mal kurz sortieren. Ja, davon habe ich auch 20. können wir doch eigentlich wieder aus dem Seetang ein bisschen Glibber herstellen. Mal was zu tun. So. Und der Sand. Der Sand. Ja. Ich muss nochmal so eine Wand bauen, gell? Ich hab hier so schöne Kistchen. Da könnte ich doch auch noch was reintun. Nein, da ist noch was. Da kann ich noch. Lalalala. Hier. Ne, da kommen die Blätter rein. Ich hab's auch wieder ganz genau, gell? Ja. Das ist in Not. Und so. Das kommt jetzt da rein. Und das kommt jetzt da rein. So. So, dann bin ich wieder gut ruppe. Ich hab grad gesehen, ich hab noch irgendwo, hab ich noch Glibber. Also, äh, nicht Glibber. Wo war denn das? Da. Da kann ich doch noch. Guck. Super. Och, 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 och. So. Jetzt geht's weiter. Tschu. Wo war ich? Wo war ich? Wo bin ich? Hier, da ohne war ich. Also, es war normalerweise immer so gewesen. Je nachdem, wo du, äh, davon brauche ich nichts von den Steinen. Je nachdem, wo, wie tief du warst, äh, da war dann immer was zum, äh, Ton. Ton ist immer gut. Da war dann eine Kiste. Oh, das ist auch gut hier. Metall. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich muss mal wieder killen, hä? Naja, wie gesagt, das bringt dich. Uah! Schock. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Schock! Blub, blub, blub. Blub, blub. Blub, 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 blubb. Aber wisst ihr, wisst ihr was? Genau deswegen spiele ich auf leicht, weil das mit dem Hai in Not ist. Guck. Du wirst alle paar Sekunden angegriffen und, äh, das ist nicht normal. Ja, und jetzt noch da. Was? Was? Ich hab keine Bretter mehr. Oder was? Das gibt's ja gar nicht. Jetzt? Ja. Okay. Glibber. Wieder alles schön wegsortieren. Zack. Und zack. Das haben wir auch geholt. Siehst du, das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Und... Und das müssen wir machen. Und das mit dem Sand. Oh, ganz ehrlich. Schwarz ist nett. Tun wir es lieber in die Kiste. Können wir immer noch verarbeiten. Ach so, und das mit den Schalen. Die Schalen, die brauchen wir ja jetzt auch erst einmal nicht. Können wir ja jetzt auch erst einmal wegtun, gell? So. Dann... Tun wir Metall herstellen. Also... Ich muss ganz dringend noch was bauen hier für das Wasser. Das haben sie verändert. Da hat man immer einmal am Tag vielleicht trinken müssen. Naja gut, ist halt auch ein bisschen unrealistisch. Aber, ähm... Da muss ich was bauen. Das geht nicht so. Auch Essen, finde ich, hält sich nicht mehr so lang. Ich versuche noch mal kurz zu tauchen. Es wird nämlich dunkel. Und dann sieht man nix. Ah, guck mal. Kupfer. Kupfer. Na, muss mal gucken, wie immer da dran. Ja, siehste? Und schon wieder. Ach. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Tut er jetzt hinter mir herschwimmen? Guck, hier ist wieder nix. Doch, hier ist was. Aber keine Kiste. Doch, hier ist die Kiste. Zack. Dankeschön. Oh, noch ein Rezept. Ein Rezept. Jetzt bin ich natürlich... Ja. Jetzt bin ich wieder... Jetzt bin ich wieder alles... Alles Rippe. Rippe. Oh, jetzt muss er ertrinken. Die Arme. Wegen mir. Holst du mir noch schnell die Muschel? Oh, tut mir leid. Ah. Ja. So kann man es auch machen, ne? Huch. Ich bin voll. Ja, was habe ich mir da alles jetzt gerippt? Oh, noch ein Rezept. Fischeintopf. Muss ich erst mal wegsortieren. Ah, kriege ich da noch irgendwas rein? Glas habe ich bekommen. Dann habe ich noch bekommen. Muschel. Aber da sind schon fünf drin. Kann ich nicht mehr überlappen. Steine. Ja, sehr gut. Steine. Wo habe ich meine Steine? Da habe ich Steine. Mache ich da noch mehr Steine rein? Oh, warte mal. War da eine Muschel? Oh, das ist auch fünf. Also man konnte jedenfalls immer nur fünf überlappen. Vielleicht haben sie es ja auch geändert. Ne, haben sie nicht. Alright. Da sind auch Steine drin. Das ist ein kleines Gekudel hier, gell? Ah, hier guck. Zack. Oh, hier habe ich auch noch so viel Fleisch. Ja. Machen wir mal das so. Den Kupfer werde ich gleich einschmelzen. Und. Also das mit den Rezepten. Vielleicht soll ich die Rezepte auch wegtun. Wie viele Rezepte gibt es? Das ist auch eine gute Frage, gell? Und dann auf jeden Fall, wo wir hoffentlich noch hinkommen, bald, ist die großen Inseln. Die großen Inseln. Kupfer. Kupfer. So. Ja, super. In der Zeit gehen wir mal schlafen. Zum Paul und zum Egon. So. Was sieht es denn eigentlich aus? Wieder keine Eier. Aber irgendwas ist mit den Federn. Dann nehme ich mir mal die Feder, während da keine Möwe drauf sitzt. Und tu die Federn mal weg. Oh, da habe ich ja auch 20. Es ist alles noch verkuddelt. Federn. Ich mache die jetzt hier rein. Und da mache ich die Rezepte mal rein. Ah, das gucken wir uns erst einmal an hier. Unser neues Rezept. Fischeintopf. Oh, da müssen wir wieder angeln gehen. Und zwar Eier. Aha. Aha. Machen wir da rein. Oh, es stemmt. Ein Sturm. Kupfer. Kupfer. Und Metall. Barren. So, trinken. Also das ist, äh... Oh. Verlobt. Nee. Nee. Also sobald wir unterwegs wieder sind, muss ich, äh... muss ich diesen anderen... Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Ach, ich will nur tauchen. Ich bin so ein bisschen... Ich will immer alles mitnehmen. Hier war nix. Hier war nichts. Und dort war nichts. So, warte mal. Hier war's, gell? Das nehmen wir auch mal mit. Ja. Zack. Und zack. Naja, das sind alles Steine. Hier ist noch mehr Seetang. Aha. Hi Hoppen. Hat Hunger. Ah, jetzt bin ich wieder zu lange unten, ne? Oh, die nehm ich noch mit. Nehm ich noch mit. Also ich finde halt auch... Oh, da ist noch eine Muschel. Dass man, ähm... schon schneller tauchen kann mit Flossen. Aber nicht sehr viel länger mit Tauchflasche unter Wasser sein kann. Also ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt wirklich... was bringt, diese Sachen halt zu haben, ne? Also das schon. Schon so ein bisschen, ne? Dass du schneller nach unten kommst, wieder nach oben. Aber... die Tauchflasche, finde ich, bringt fast gar nichts. Kupfer. So, ich mach's immer wieder, gell? Und... dann machen wir das hier hin. Und Muscheln. Weißt du was? Die Muscheln fang ich jetzt hier an zu machen. Neue Muscheln. Und dann geht's auch schon wieder weiter, würde ich sagen. Also ich habe auch mal, äh, zwei, äh, Kissen unter Wasser gefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt immer so ist, dass es immer zwei gibt. Ah, jetzt bin ich wieder neugierig, gell? Ich weiß auch nicht, ob es jetzt unter Wasser noch irgendwelche Viecher gibt, die die da jetzt, äh, hingebaut haben. Naja, siehste, hat sich doch schon wieder rentiert. So schlecht war das doch gerade nicht hier, dieser Tauchgang. So, haben wir noch irgendwo was? Hier hängt nix dran. Na, siehste. Bisschen Kupfer abgegriffen. Jetzt muss ich wieder hoch. Mach's gluck, 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 gluck. Jetzt aber. Jetzt reißen wir uns los. Da haben wir ja alles abgegriffen. Ganz hoch kommen wir leider nicht. Dann werde ich jetzt nämlich das hoch machen. Ich lasse mich immer so schön treiben. Und, ach so, Anker los. Und los. Es geht weiter. In der Zeit, durch weiter schmelzen. Ne. Jetzt. Zack, zack. Und das tun wir rein. Und das müssen wir noch einschmelzen. Fisch. Weißt du was? Ich tu das immer raus, das Essen. Ach, siehste, da habe ich auch noch. Da habe ich ja noch Speere. Eieieiei. So, wo bin ich? Deck. Ich baue jetzt. Wie nennt sich denn das? Ein Reiniger. Das ist der einfache Reiniger. Das ist der große. Dafür brauche ich. Ich planke, Kunststoff, Glas. Glas. Glas, Glas. Brauche ich vier. Egal. Kunststoff und Planke. Kunststoff habe ich auch hier drin. Jetzt folgen die Planken. Ne. Hier. 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 Klop. Entschuldigung. Ne, es war richtig, oder? Ja. Essen. Machen wir mal auf Essen rein. Dann kommt wieder das Glas zurück. Da kann ich nichts decken. Und jetzt baue ich hier mir dieses riesen Ding hin. Oh, was in Not. Wo mache ich dich denn hin? Hier brauche ich noch einen Durchgang. Trinken. Kann ich ja hier machen, wa? So. So. Da kann ich nämlich dann gleich mehrmals von trinken. Schwupps. Ah, noch einmal, oder? Ne. Das war's. Ja, das wusste ich. Aber immer an derselben Stelle, hä? Zack. Ah, das dauert noch ein bisschen, bis der wieder K.O. geht. Wir gucken mal kurz in die Ferne. Ne, das mal was wir passen. Sieht alles gut aus. Ah. Da. Da und da. Da. Ich will gleich was trinken, ne? Jetzt greifen wir erstmal hier diese ganzen Dinge ab. Ich laufe genau da, wo nix rein ist. Hier ist noch ein Fass. Da kommt noch ein Fass. Was war denn da drin? Steine. Kunststoff. Ist hier. Da ist auch Kunststoff drin. Das ist eine Sortiererei, ich weiß, aber muss man machen. Ah, ich wollte gerade gucken, wo das Algenzeug drin ist. Aber ich hab's auch schon voll. Ich glaube, ich werde das auch nochmal hier reintun. Ich glaube, ich werde. So. Wir warten darauf, zu stranden. Da kommt etwas. Und meistens, wenn so etwas kommt, kommt auch irgendwo eine Insel. Also jedenfalls meistens ist die dann auch in der Nähe. Aber ich seh bis jetzt nix. Lass uns noch näher ran. Und dann springe ich ins Wasser. Muss ich mich erstmal leer machen, gell? Ich muss erstmal was trinken. Jetzt ist es schon fertig. Ja. Noch mehr. Sehr gut. Jetzt muss ich mich mal kurz machen. kurz umsortieren. Ganz schnell. Dass ich auch was mitnehmen kann, ne? Und. Jetzt geht's. Los. Autsch. Ein ganz schön böses Haustier, oder? Hat sich das rentiert? Naja. Bolzen. Kommt eine Insel. Naja. Ja, ich habe da schon, äh, diese Antennen stehen. Nur leider funktioniert das natürlich nicht. Weil ich, äh, die nur nicht zu weit auseinander stehen habe. Die müssen irgendwie weit genug auseinander stehen. Und dafür muss ich das obere Teil irgendwie noch ausbauen. ähm, 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 äh, dieses Projekt, ne? Es klappt noch nicht. Steine. So, jetzt haben wir da auch die Steine voll. Ich muss wieder schmelzen. Und dann geht's wieder in die Haier. Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, wir sind schon gut ausgerüstet. Das ist doch gut. So. Neuer Morgen. Neues Glück.